Eine Boden-Boden-Rakete ist eine Rakete, welche vom Boden aus gegen Bodenziele abgefeuert wird. Das Spektrum an Boden-Boden-Raketen reicht von Panzerabwehrwaffen der Infanterie bis hin zu nuklearen Interkontinental-Raketen. Allgemeines. Gebräuchlich ist auch die Bezeichnung für Artillerieraketen für den indirekten Beschuss zu verwenden. Dazu zählen von Raketenwerfern abgefeuerte ungelenkte Raketen, so bei der Katjuscha, die Reichweiten zwischen 10 und 90 km erreichen. Teils auch 300 km. Auch Minen können mittels Boden-Boden-Raketen gelegt werden. Die englische Bezeichnung lautet Surface-to-Surface-Missile. Die Abkürzung dieser Bezeichnung SSM oder SS wird für die Namensgebung zahlreicher Boden-Boden-Raketen verwendet. Wobei es sich hier ursprünglich um den NATO-Code handelt. Raketen, welche Ziele erreichen können, die sich außerhalb der Sichtweite des Schützen befinden, werden auch als Beyond-Visual-Range-Raketen bezeichnet. Entwicklung in Deutschland. Wegen der Festlegungen im Versailler-Vertrag durfte das Deutsche Reich keine schwere Artillerie entwickeln oder besitzen. Fernraketen waren im Vertrag nicht genannt. Die Reichswehr kommandierte Ende der 1920er Jahre Walter Dornberger zum Maschinenbaustudium an die Technische Hochschule Charlottenburg ab. Dort lernte er Arthur Rudolf kennen, welcher in den Heilandwerken an Raketenexperimenten arbeitete. Rudolf zeigte sich interessiert und arbeitete von da an in seiner Freizeit gemeinsam mit Walter H. J. Riedel an Valias Raketenprojekten. Am 17. Mai 1930 einen Tag nachdem Arthur Rudolf die Arbeit an dem Raketenprojekt aufgenommen hatte. Stab Raketenpionier Max Wallier bei der Explosion eines Raketentriebwerk-Prototypen. Weitere Raketenexperimente wurden zunächst durch Paulus Heiland verboten. Rudolf setzte seine Arbeit jedoch gemeinsam mit Riedel und Alfons Peach fort. Nach dem Studium wurde Dornberger 1932 die Entwicklung von Feststoffraketen im Heereswaffenamt übertragen. Er warb Werner von Braun und andere an. 1936 wurde Dornberger die verantwortliche Leitung der Raketenentwicklung des Heeres übertragen, die zur Entwicklung des Aggregats 4 führte. Von 1936 bis 1943 war Dornberger Chef der Raketenabteilung des Heereswaffenamtes. 1943 wurde er Kommandeur der Heeresversuchsanstalt Pennemünde. Ballistische Raketen. Sie werden nach Angaben der Range Association London und das Center for Defense and International Security Studies seit 1996 nach ihrer Reichweite wie folgt klassifiziert. Die Nutzlast dieser Raketen ist sehr verschieden und reicht von einfachen Sprengladungen bis hin zu thermonuklearen Sprengköpfen. Siehe auch. Liste der nuklearen Boden-Boden-Raketen. Boden-Luft-Rakete. Luft-Boden-Rakete. Luft-Luft-Rakete. Sehzielflugkörper.